Ich wäre auch dafür, dass wir 3 aufhören im Spiel im Ohr, aber gut. Nein. Oder 8. Je nachdem, wie es läuft. Du bist schon richtig heiß, oder? Schaut es nicht einmal wieder aus mit einem Yu-Gi-Oh! Turnier? Geht es ja Karten schreien? König, der Spiel ist schon mal schlafen. Leid, und du los? Der Ripper macht das nächste Yu-Gi-Oh! Turnier aus. Ja, ganz einfach. Nicht immer hier auf die anderen Seite. Du schaust, dass alle Zeit haben. Und dann... Dass der Schwupoki... Dann spielen wir halt nicht. Dass der Schwupoki sich vielleicht einmal gewirreit soll. Ich lass mir auch den König der Spielkette werden. So, jetzt da bei euch auch der Wünsche-Mail gefahren, oder ist das gut von mir? Das ist, glaube ich, bloß bei dir. Dann... neue Stärken. Ah ja. Hüppel hat das Spiel verlassen. Cool. Du! Enggau. Okay. Ja. Jetzt hätten wir ihn gut brauchen können, Herr Ripper. Ja. Jetzt ist ein anderer mit dazugekommen. Gehen wir noch einmal an, oder? Na klar. Ja. Bist du wieder da, Ripper? Ja. Ripper ist in einem Online-Spiel. Das ist unmöglich. Na. Ist er nicht. Ist er nicht. Ja. Ja. Wenn... Na, na, na. Ich hab' mit der Ripper eingeladen. Nein. Ich bin's dann jetzt. Na, na, na... Die ist mal da, Berge in einem anderen Kleinen, da ist es gegangen wieder. So ungefähr, soll ich das sagen, so ungefähr ist es gegangen. Ui, der nimmt gesprungen, lebe ich weg. Oh! 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 also dass daraus jetzt noch ein Tor wird ich geh doch du haust dir hier im Pfosten ja nicht verzagen das war doch nur ein Spaß lasst uns freundlich sein 5 also das bin ich das ist nicht der Boi ganz ruhig Aaaaaaah Dorian, schnell! Uhuhu Ach komm mit höchster Disziplin habe ich ihn abgewehrt Au! Danke! Oh fuck Haaaaaaah Ich würde mich zusammenreißen Herr Krumpf doch ich fühle mich sehr stiefig zusammen vor, dass das schlecht wird hm da hört gerade alle die da hinten rum doch ganz Uh Gott Da Da Oh ja Oh fuck Oh fuck Da Oh Da 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 ist noch nicht warm der Käl Da 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 Gertürbom, ja. Oh, Mist. Macht's, Jungs, macht's. Oh, fuck. Ich hole dann. Oh, fuck. Hey, das ist ein Zweig von. Hey, hey, hey. Oh, ja, voll blöd. Oh, ja. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Nein. und die altzahrend wurde bis zu driefen neben er will sie werden aus der Kursstuhl gehen auch allmöchig beschreiben all die Sicherheit Hoffentlich bleiben die drin. Ohne ist ja raus. So, der ist raus. Der, der was geschrieben wurde, ist raus. Egal, ich schreibs trotzdem noch. Okay. Einen und zwei Bots. Der wird zu freier. Och fuck. Wie hab ich... Ich hab mir im Prinzip bloß ablenken wollen. Das glaubt keiner von denen, die unter den Zahlen schauen. Wer schaut mit dem... Fischo. Was ist das? Wien. Oder wenigstens schon mal Mitspieler. Ich Hab nicht die Sachen auf Aber müssen die einfach ablenken. Und wir gehen, die es ja schon ablenkieren. Für die haben wir sicher nicht so gemacht. Ich nehme die, also san, dass wir da gehen. Oh, huu, zum Glück bin ich jetzt so leid hin. Jetzt hat er mich echt getroffen, die Sau. Schaut sich das an, richtig traurig. Ich bin gleich wieder da, Jungs. Oh, das Rippe ist so geschlagen, Alter, Wahnsinn. Wie konzentriert er war. Ja, ich wollte gerade sagen, normal schreit er immer gleich. Richtig hart konzentriert ist er. Er leihlich, man muss den bitte. Hier ist der Schuss. Den musst du erst mal machen. Wo ist er weg von? Oh. Den hier. Na! Oh. Gefährlicher Schuss. Ich habe ihn rückwärts gegangen. Alle Batsche ausgerecht. Okay. Jetzt aber, jetzt aber. Rippa, 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 rippa. Rippa, 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 rippa. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Herr, unsere Überlegenheit wird uns langsam zur Last. Betreten, verlassen. Nein, nur. Das ganze Team ist schon durchgewechselt. Ah, der Alchemist, der ist immer noch da. Alchemisten. Kenin. Im Sinne mal das Magdei. Ja, ich habe jetzt extra haftig geworden, weil... Jetzt können wir die ganz guten Tricks Jetzt können wir die ganz guten Tricks Ja lieber lieber Zeig mal Patsi, bist du ein Schokokex? Wollen wir? Als du dich so leicht vertaschen lässt Jetzt tun wir gerade deine Schnauze Oh der wurde spät Flo ich wollte ihn eigentlich als Aufsetzer schießen aber da hat er zu wenig Bums gehabt dafür Ich taucht mir schon Ja weil ich kein Tobe hatte Uh Uh Fuck Habe ich mich wohl vermissen? Ne die zwei Drachen sind cool Wir retten du für meine Schwiegerleute, hä? Uh Oh my shit Hallo? Das wäre die größte Sensation, wenn wir das jetzt noch verlieren. So Querschläger-Tote. Können wir in ein Turnier gehen, oder? Piraten-Mut. So, Turniere. Wir suchen. 3Giga 3. Was ist denn jetzt los? Mann, ey. Und wer hat das jetzt nicht mehr? Treibst denn was denn? Nur wenn ich auf ein Auto drauf drücke, dann kommt der komische da. Weißt du denn, der Octane? Oh, das ist einfach wieder ein Scheißdreck. Dann fahr ich doch mit dem. Ich wollte eine Krone aufsetzen. Aber wenn ich auf die Krone drauf schaue, dann kriege ich automatisch einen Octane. Klingt fair. Ja. Das sehe ich auch nicht. So kann ich da nicht rein... Soll ich das mal machen? Ja. Ja. No. Rocket League Twitch, ey. Europa, 32 Teams. Wenn wir da mitmachen. 8.35. Ja. Europa, 32 Teams. Rocket League Twitch. Was? Rang entspricht nicht den Anforderungen für dieses Turnier. Bist du in einem 1 gegen 1 drin vielleicht? Nein, in einem 3 gegen 3. Aber der Patze hat keinen Rang mehr, ne? Ups. Alle, nein, ja. Dann gehen wir da rein. Das nächste, was wir dann betreiben. Was sind wir hier lang da auch noch? Jetzt haben wir jetzt die Best of 3 Spiele. Sch. Ich bin hier lang. Ich schau. Ich schau. Die Best of 4 Spiele. Deine Überfluss. Dannها können wir uns hier aufpassen. Ach, die Schleife. Ich hab das mal mit. In derration war es nicht. Ich habe das halt. những habe ich als Dichter. Ich habe das, was ich nach Osten jetzt. Ich habe das hier. Ich habe das Alpha. Ich werde das mal alles. Ich habe das noch mal sehr ein. Schnauzenhalsuchert, Batze. Schnupfen ab. Einer Minute beginnen wir. Schnauzenhalsuchert, Batze. Bin ich wieder da? Ja. Du hast jetzt masturbiert. Darüber könnt ihr zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. So. So. Irgendwelche Musikrichtungen vielleicht nicht unbedingt. Na, was du gerne anhörst. Wenn wir die da durch Nürnberg spazieren fahren, dann schreit die Bumsen haben. Achso. Tolle. Also müssen wir schon mal im Halbfinale. Dann, 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 dann. Sollt ja der MC Klufik erkommen. Ne, da kommt jetzt der Dr. Disrespect Gillette 10 Stunden Mix. Ja. Den lohnt ich auch noch. Damit ich sie wie den hören darf. Ja. Jaja. Jaja. Oh, das hat der diese... Ach, das ist... Aaaaah. Ich glaub man den aktiviert. Mit... rechter Stick, äh linker Stick. Aaaaah. Bei was man der Scheiße tun ist, wenn du anmeldest. NEIN! Da staunt da auch keine Mutatoren. Ja, aber du siehst bei, wenn du... wenn du das Turnier anklickst, ob's Rumble oder ob's Blechfußball quasi ist. Ja, da steht aber anders da, da ist dann als Symbol davor, ähm, diese Faust oder dieser Boxhandschuh oder so. Das siehste, ob das der Modus ist. Oh, okay. Oh. 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 Ah, ich komm nicht hin. Ja, das ist ein Scheiß, ja liebe Welt. Überhaupt nicht, ja. Einmal wenn es dem Flo die Gewalt gibt. Ist doch geil, hab's dann für Schmerzen. Wenn ich das jetzt wieder eingestellt hätte, ne. Was ist denn? Oh, das klingt doch nicht den Schuss gleich. Die Karten ist ausgesprochen. Ich hab gestachelt! Wir haben bald rauffahren, da nimmst du noch mit. Ja, das ist ein Klo. Oh. Oh. Wir waren ja zu schüssen, was ist denn das? So wurschtig. Ja. Ja, du scheiß Körbele, Mann. Hey, geh doch den Tornado-Kopp, Mann. Du, du gehörst dir echt hergeputzt. Alle. Ja, ich sag laut, das ist ja Minus Nummer 50. Oh, das ist ja Glückwunitz. Ich hoffe, du hängst euch auf den Dixus. All safe. Ja, da drauf auch ohne 병, da sind ein bisschen wieder bästlich Reinex. NOO! Fuuuuf! Er liegt bei der Wäste, Mann! Oh, äh... Oh bitte, hör mal auf mit dem Scheiß. Ich hab die Magneten noch nie gehabt, so jetzt bleib mal locker. Ich muss gleich erst auschecken, wie das alles funktioniert da. Kleiner Funfact, genau so sieht das aus, wenn der Artie sein Titel auspackt. Wo ist der Artie? Ja, mit seinem Magnetenbimmel. Achso. Was heißt die Faust? Ich weiß nicht, was die Faust heißt. Glaube ich, dass sobald's dann jemand... Geh mal weg. Ja, ja, achso. Na, die andere heißt glaube ich, dass du irgendwelche Leute... Ähm... ... zusammenfahren kannst, nur wenn's das berührst. Oh... 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 one Scheißfloh. Oh... Oh... So, die lebt man doch nicht über seinen Imam. Ups! Den Modus wollen wir erst nicht ohne, aber das ist ja direkt was für hohle Leute. Ups! Na, jetzt komm, bitte! Ach, will dir der Fast-Fortator für selber? Ich hätte jetzt so eine Sprüche mit keiner überstehen. Ah, ihr wohren Wichser, ihr gott man an ihn. Ah, ich bin doch nicht klar, ich sag's euch. Please, leave. Pfff! Oh ja! Ah, mein erstes Tod. Ah, ne, doch nicht. Sorry. Na toll. Ah, ha! Ich bin doch nicht klar. Nein, jetzt hab ich auch noch verzaubert! Und dich wieder! Ach, geh! Was hast du gesagt? Jetzt hat mich einer verzaubert! Ach, geh! Schrei mal, ja, vorbeistein, der Ripper! Weeeeee! Weeeeee! Willst du das nennen? Dann gehst du davon, wie dreihundert geht! Ich hab mir jetzt nicht klar, dass ich euch nicht verzaubert! Was ist er jetzt mit dem Wagen, du lachst? Was ist er? 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 Ich will nicht, dass die uns gewinnen lassen. Was ist er? 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 Wie fand's lustig? Machen wir das nochmal? So hat gerage quittet und geht in PUBG. wo meine zwei gewandt von ja ja schicken einladungen so oder pressen Aber wie geht es jetzt wieder? Mal rein mit Gadgets totgeschüssen oder? Mhm. Achso, cool. Ja, so einen coolen Pümpel. Mhm. Ja, natürlich bin ich wieder allein auf der Stadtseiten-Schickwohnung-Einladung. Okay, so leid. Oh, okay. Oh, okay. Ich kann mir noch mehr Einladung-Schick aufladen an. Können wir es auch ganz anders regeln. Zack, zack. Sohne ich nämlich nix. Jetzt mag ich keine mehr. Na, warte. Na, keiner. So nicht. Mal schnell schneiden. Da mag ich nix an. Aha. So. Freunde der zünftigen Unterhaltung. Ich hoffe, es ist der Loot-Gott heute einmal wieder gnädig mit uns. Nein. Das ist ein anderes Teil. Nein, das mag ich gar nicht. Ja, gestern war schon jämmerlich, was wir da alles gekriegt haben. Also jämmerlich. Das ist auch nicht cool, ein Wurfmesser. Das ist ein Krumpf. Trifft mit der Waffe, ich versteh's, du möcht' ein Wurfmesser, der Typ. Ja, alle, Schuriken. Hör mir ehrmach. Schuriken, sauber, mit 8fach. Geh. Ja, alle. Kiel über 800 Meter. Los, Feindert. Dann möcht' ich aber vergiftetes Kuhn ein. Ja. Nein, möcht' ich nicht. Ja, genau, Flo. Genau das ist richtig. Geh. Warum retten wir uns schon wieder nicht? Der kleine Brüdeleimer. Mami, bloß da. Geh nicht. Merde mit euch. Merde mit euch. Merde kuscheln. Fühl mich einsam. Ja, geh halt dann hin und drück auf A. Ja, was glaubst du, was ich mach'? Heutezeit. Der da. So. Hm. Batsi, was sagst denn du eigentlich? Wer gewinnt denn er heute Nacht? Was denn? Rätselmania. Rätselmania. Ich weiß nicht einmal wer antritt. Na dann. Ganz, ganz ehrlich gesagt einmal. Ich hab's schon ewig nicht mehr geschaut jetzt. Ich glaub' der George Clooney wird's. Na dann. Ja. Das kannst du auch nicht. Du dummer Tepp. Wer, wer steht denn? Wer, wer matcht denn? Lass mich teilhaben. Gut. Hör euch fressen auf. Fix. Schau bei mir. Die Chipset. So. Die drei, die ich noch hab. Die überlebst du auch. Schau es auch einfach unter Dosen. Wörst du den Klug lassen. Die nicht, die nicht. Ohja, liebe Zeit vor mir flugschieffel in Räume und noch mal. Ach, geck. Fuck die, du lu. Befreundlich, das wird lustig. Schau mal, was die Halle so hergibt heute. Die Peil, die es auch so. Das ist ein Glückshaus. So, dem... ... in der Sekten, wie das drin. Oh. Stimm. Stecken mir die Norbertin vorstür. hinter mir ist ja auch einer Glantzler 2 Waffen brauche eine Waffe wirst du nicht wirst du nicht wo ist er nicht rausgegangen bei dir oder was ja weiß nicht was der für eine Bewerfung hat ein Sky Island hat man heute gedruckt ich komme mit meinen 2S2 schaut über Treppen runter ich komme mit meiner jetzt bin ich in den Raum rein gegangen ich habe mich finischen ja da ist noch eine zweite Frau ich habe die aufgemacht ich kann noch nicht helfen ja da ist noch einer da ist noch einer boah ich habe es ausgelockt oh bin auch ausgelockt ja das sind 2 ich und andere quallen nur noch der im Haus oder ja 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 das kann Flo das kann sein dass der einfach keine Schuss mehr hatte für die Scar aber der hat ein ein Kugel für mich gebraucht ja ich brauche unbedingt Energie das sind aber noch irgendwo die anderen sind nicht gleich gestorben, oder? doch 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 ja der ist dann gestorben als du den gekillt hast es waren die schon So, dann hat's den bloß bei mir zu nachträglich so umeinander geworfen. Ja, ja. Ich hab eine Erste-Hilfe-Kisten. Oh, die... ja. Ja, ich schau da in das Haus noch rein und dann nehm ich's gern. Naja, schau mal da. Den mit dem zu dem Haus da. Woher hab ich denn die Weste? Hab ich gar nicht gemerkt, dass ich die aufgehoben hab. Pff, ich weiß schon, wie war ich denn? Ja, das ist der Perzi, der ist hinter mir gelang, wenn das... Ja, was du jetzt bist, normalerweise. Der ist der Busch, ne? Ah, der ist der Acker. Hier ist noch ein zweiter Helm bei mir oben. Das wäre nicht, den hab ich mir. Da hast du mir was davon also dabei gehört. Nix. Nischt. Nix. Nix dünn und ein Eiser Helm. Und der Eiser Helm ist wahrscheinlich am Arsch. Ja, Helm ist... Helm ist keiner dünn gelangt. Außer da noch. Vielleicht auch, glaub. Ähm... G-One-Shot-ed. Ja. Dreckige Asiel. G-One-Shot-ed. Schnell, das ist... Seine ZM16 liegt, aber ich brauche die Schuße. Es tut mir leid. Ich hab meinen auch G-One-Shot-ed den... also... Na, ich hab schon ein paar Mal auf ihn geschossen, aber... das war richtig geil, um die Irgen geschaut... und direkt... ins Köpfle. Gibt kein Traffer. Na, du hast so wenigstens Schraude in der Händen. Zwei sogar. Ja, der mit der Ska. Mit der Ska. Stell dir das mal vor. Ja. War halt ein guter Schütze. Dann hat er sich denkt, jetzt den nötigt er uns kehrig. Hat sie jetzt, wo der Helm auch noch war? Ja. Macht uns mit der Pfanne klar. An der Stadt. Da ist er... Da war der Hitler-Säge. Da ist einer. Wenn's... Wenn's kommst, kannst du mir dann gleich die Dinge geben. Wo bist denn du? Ach du meinst. Mhm. 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 Also da... Ja, schmaß mal her. Warten jetzt schon überall drin, meine Freunde. Oh. Oh. Nesse. Und rechts nah gleich ist der... Ah, der Helmut. Ah, ja, hab schon. Ah, fein Helmut. Also in dem waren wir noch nicht. Da nicht da. Da links, da links ist ja auf jeden Fall die Schleife, oder? Da war ich drin. Da bin, da bin ich plant. Da war... Da war ich als erstes drin. Auf jeden Fall jetzt mit dem Rucksack und, äh... Tee oder... Ah. Da bin ich dann auf jeden Fall vorsichtig sein. Jetzt könnte man die ersten Schwanks haben von der Schuhe vielleicht. Da war noch zwei der Heimfalls angebracht. Nein, jetzt hat jeder. Das ist noch mehr Hitler-Mobild. Ach, außer wir haken's los an der Leiche auf. Das wär lustig. Ja, Flo. Zwei daheim. Bitschi. Ich kann es schenken. Wie's... Das mag ich sehen, wie's das machst. Weißt du, was geil wäre, wenn man, ähm, Helme und Westen, die rumliegen, einfach zerschießen könnte? Das wär noch geil. Das ist ein AKM. Also in jeder Westen, in jeder Westen vorbeigangen hat's mal mit, äh... Hast du ihn eingeschossen? Haha. Unter Armbrust. Da ist es noch ein Hitler-Mobild. Falls die AKM einer will, dann lass ich die Schuhe vom Hitler-Mobild auch liegen. Und bei der AKM ist bloß ein Backel dabei gewesen. In dem Haus, wo ich grad war. Prüm, hoi. Okay. Frenkie, hast du die auch kaum mehr? Oder was? Ja, die hol ich mir, weil ich hab bis jetzt bloß zwei Schuhe rot. Du hast ja Vector noch. Da drin hier? Also... in dem... In dem... Ich glaub, das ist richtig. Ist Oma... Da liegt ja Oma... Da liegt ja Oma... bei mir drin. Ja, genau. Ja, genau. In dem... der Rucksugger. Was... ich denke, du brauchst. Bei mir war ja Ska... Das war ein Schuss, weil die Preise... Ja, die Preise war... Es wird leider... M4 und hat mein M16. Also... Jetzt habt ihr alle schon genug Schuss, weil... Ich hab, wie gesagt, immer noch ein Schot. Dann nehm ich die nächste. Ja, ich muss ja dann mit der AKM operieren. Für die Ska hab ich noch 30 Schot. Die Visierung war auch top. Da dürften wir richtig dann abgehen. 2 James 2 2 2 2 3 3 2 3 Der holo hätte ich dann abzugeben. Ja, den nimmer. Da ist noch mehr AKM. Was ist das hier, der mich nimmer ja. Jo. Der Probforn war da. Hab ich mir schon gesnackt. Ich kann ja schon was finden hier. Ja, hallo Mitzi. Was ist dein Tutto? Ja, mhm. Ja. Oh, sie ist schon. Mein Haus. Hast du noch zweite Waffen, Frank? Äh, noch hab ich keine gefunden. Jetzt schau mal das letzte Hause hier durch und dann... Ich hab erst die Hilfe zum Abgeben gemacht. Das war nicht schlecht, weil ich hab noch keine Ahnung im Koffer von mir. Ja. Nehmen wir halt einmal die weg, oder? Alle hat er gemeint. Das ist noch mehr zweiter Westen, aber die haben wir schon alle, oder? Da gehört was herum. Max, oben auf dem Dach lege ich meinen Koffer hin. Ach, da ums Eck steht sogar noch einer schon, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 die liebe Zeit. Max will auch... Wir waren ein Hullo-Prario. Nein, wir waren auch im Dr.rad. Ja, wir waren auch, zwei Wochen. Nord, ziemlich genau Nord. die Mütze die Wippe ich höre was laufen Räcki, was auf kann sein, dass der über mir im Berge hat sie das noch gesehen, hat sie das hat sie mal gehütet worden nein, 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 nein legner, jetzt legner, warte, jetzt legner der ist schon fast hit ich bin immer ein bisschen nervös, kennst mich noch ganz ruhig, der ist ja schon gleich ich bin sehr ruhig, der andere war Richtung um die Motrolle haben die aber geschossen ja, die sind 6. bewegt die Wärze, bewegt die wüsste genau, ich seh ihn nicht vor dem roten Haus auch, jetzt krieg ich, jetzt krieg ich Feuer du schießt auf mich, ich muss weg links wachsen wo vorne, das hat die Haus links, das hat die das war noch, oder sind das Meer das ist ein Meer kann ich da mithelfen bloß rotes Haus nix, Leute Frankie, geh mal aus dem Scope auf 245 da bei dem Haus direkt unter dir bei dem roten Haus ist einer bei dir das ist ja bei dir nein, nein, bei dir unterhalb dem Hügel auf dem roten Haus größen da war gerade einer links laufen links, links, links Frankie, links ganz links, Ausnahgelstadt und weiter links da hin ja 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 ok ist das ein hit habe ja kriegt es auf dem Dach weil ich nicht fresse direkt bei dem Haus wo ich gestanden bin auf dem Dach sind zwei Stücke komm boah das ist hart kann nicht mehr nachladen gleich komm jetzt auch zum Max ich hatte da ja ja das ist da ja ich da ja 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 dr aus rechts dir d da müsste ein bisschen er braucht sie nicht scheissen zweifelde du müsste andersen schweiziger Oh mein Gott, da ist immer noch andere, die haben wir zu drücken. Der ist genau bei mir da. Geh zu hoch, Mann. Fertig! Was ist das denn? Der fertig! Der kann man gleich noch hin! Oben steht er! Oh, die ist leer! Oh Gott! Das ist halt auch heiß, was ist da mit 30, 40 bis zu uns? Ja, das Deko so gut! Was eingeschossen! Halt abwalt! Huiii! Huiii! Oh, die Schnee, ein Ribbeide nur in Blitz. Juck, Schreck! Dann nix! Headshotkar! Hahaha! Gotcha! liebe zeit ist es weit ist alles dran geschossen ich sag jetzt mal so das mit dem spaziergang schaffst du es gerade ich hab mich nicht dabei ja lieber lieber und lauf bis der batze da ist es doch keiner mehr in der nächsten siedlung vorbei rittner links aus weg und den kill wenn du was sagst wo er schießt ja hinter dir jetzt genau hinter dir genau hinter dir an der halle an der halle läuft er die bäume ja ich sag das nicht das ist ein kompletter mauluf keine ahnung wo der stand ist du spielst doch mit headset oder hast du den surround sound am headset an ja ich werde schon wo er schul ich kann es nicht mehr ganz schwein ordnen wo das dann genau hinkehrt ja mein ich werde mir das noch mal hin ich werde mir das noch mal hin die sind en und 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 Ja, der hat auch keinen Schuss mehr gehabt, da muss ich nicht provisieren. Patze kennt das ganz gut. Oh, das sind die Leute, oh, da ist doch der Rippe dabei. Das ist wieder gleich auf Zeit gegangen, wie er die Panhardt macht so. Du nicht! Frank, du nicht! Ich hab, ich muss schon ehrlich sein, ich hab schon leichte Panik, weil in der Oberkupfersinger die Pfanne in der Enke ran, aber ich hab auch weg, jetzt geht's mir gleich dran. Ich hab nix mehr gehabt. Freck wie der Schlunger hätte ich nur den Vorlaufen können. Okay? Ja. Ja. Ja da war ich mega Fall! aber dann hätte man mit dem Schattenling ohne dass du auch auf einem einen Traumfeld oder was ich hätte was möchte die Füße ins Gesicht die E-Mail-Dollar lieber lieber zu schieben die jüngste Erklungen Schienhofft was machte da mehr die Hohenberg und 50 m schnell in der Ruhe wieder gelobt Der Rest hat schon eine Spritz-Urfahrt, ich mag auch noch eine Spritz-Urfahrt. Ah, voll schön Luft! Oh Gott sei Dank. Aufflügen wir ihn hin. Ah, oh ja, ich wüscht. Ich mag nicht alles rein. Wresten dich auf? Ja, gott. Ah, flühen wir die Königs. Aller. Das ist so wichtig. Was ist denn da so? Was ist denn da so? Keiner fliegt da vorne noch. Wünschtend Charles richt Gurdas. Der Weg ist auf die Zeitlupe. Alter. Alter, ich kann mich nur in die Zeitlupe bewegen. Was ist da los? Ich möchte mit der Charakter was sagen. Hilfe! Viel Spaß beim Looten. Etzer, 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 etzer. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Fringe. Was ist da? Bisschen. Was? Was ist da? Wir gerieren, und Mesmer? Whoa! Was? Post Ah gained. Oh, ich habe noch einen Rucksack-Sing. Nope. Hier, hier, hier. Und wie ist denn da zwei daheim? Ja, vielleicht waren wir jetzt daheim. Was hast du gesagt, Frau? Wir sind da zwei daheim. Der Liebe will, was ist denn da los? A, Ska und AKM in einem Zimmer. Der Liebe will. Abrufen, wie geht er? Die Leidung braucht auch inzwischen mit dem Automatikfahrer. Weiter zu grünem Markierung. Nächstes Druck sollte er nicht mehr rum, gell? Der M16-A4, ihr Biest. M16-A4, flut, flut. M16-A4, ist genau vor mir. Ich denke so, nur die unnötigen Spieler sterben in der Zone. Spielerspieler läuft. Die ist eh dabei. Da ist ein D-Off, klar. Hier ist der. Geronimo! Er ist gelootet. Dann ist er noch nicht gelootet. Schau mal den Netz. Ich brauche hier der Westen. Er ist off. Da ist der Westen noch unser. Was drin. Wir haben den Absur, Jungs. Wo? Die Heiser beim Wasser zu einem Flo. Dann fällt er hingelaufen, in den nächsten Ding quasi. Wenn er hingelaufen, habe ich gesehen. Dann gehen wir einer entgegen. Da, dass es bloß der eine ist, ne? Ah ja, stimmt die Westen da? Die der Flo mir angekündigt hat? Ah ja. Welcher Wasserturm? Ah, da drüben, ok. Vor einem im Haus drin gleich. Aufpassen. Gut. Und wo ist denn der gekommen? Hast du das gesehen, Max? Ja, von links. Von den anderen roten Heiser da hinten, glaube ich. Der hat noch... Weg da dabei. Ich hab, danke. Irgendwann eine Heilung? Vielleicht verbinde ich mich nicht. Ich nicht. Hat er einen Rucksack gehabt? Warte mal. Der hat einen Rucksack, ja. Da sogar. Sohne kommt jetzt dann langsam. Hat schon angefangen. Weißt ja, Junge. Der war nicht allein. Der ist nicht gleich da angehen. Wo liegt der da? Da. Wo liegt der da? Da. Ja. Jetzt du deine Verbände bitte schnell an. Ja. Dürfen wir rein, oder? Ja. Ich hätte ja noch... Ja. Dann lieber noch die Verbände benutzen lassen. Ja. Keinerlei Visierung von... Das ist schon wieder... Habts ihr von dem... Habts ihr von dem Typen jetzt weg da genommen? Ja. Der hat einen Weg da mit erweiterten Magazin gehat. Juppa. UMP und der SKS. Dann nehmen sie mit. Was ist denn da in der Näht? Und Floh sterben. Was ist 20? Wo? Du weißt denn, wie hier ist bloß. Ah, irgendwo nördlich. Ja. Das ist jetzt fast, dass seine Teammates... Ja, dass seine Teammates so Nord-Ost-Ost sind. Ah. Die... Dieses einzelne Haus auf 85 ist auch schon offen. Da fährt der Jeep hoch auf 75. Also der ist jetzt weg. Hätte noch eine Holo ist hier. Hätte noch Schalldämpfer MP. Und erweiterts Schnellwechsel MP. Eww. Ja, ich hab ein Mündungsfeuerdämpfer und dann normales erweiterts. Oh. Ich tät's gern probieren. Oh, da war er doch gerade irgendwo. Wechselrand? Ja. Ganz oben bei Ost. Da drücken wir die Holo raus. Da darf er noch UMP legen. Mit 137 Schuss. Erweiterts Magazin und so weiter. Die, die da zuerst gloated haben das so richtig gepfeifen und einfach im Vier liegen lassen, weil sie das gar nicht kaputt mit der Gschadung haben. Haffe gehen, wollen wir es aufmischen oder was? Ja, aber gleich geht Ruhe ein und dann Zeit für uns. Also ich sag's euch gleich schon, weil es ist. Ich hab noch 30. Fahrzeug, hinter uns links. In Reserve. Definitiv 1. So, jetzt hab ich noch 24 in Reserve. Was hast du für Waffen? Fünfer. Ja. Leider. Fünfer. Also Flo, hinter uns sag ich kann. Der ziemlich zerstörter Jeep da. Wo von mir ist er noch? Fünfer. Fünfer. Ja, Siegner. Ich sag ihn nicht mehr. Jetzt zwischen die Häuser. Ich sag ihn nicht mehr. 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 Wenn mich ruhig in Absatz für Waffen noch weiterverlehen. Ich sag ihn nicht mehr. Ich sag ihn nicht mehr. Ich sag ihn nicht mehr. im hausland ja in dem haus ist einer von mir die fenster ein bisschen im blick und ausgut und schlussend war nicht schießt da geht einer weg na ja fiktig bei mir ist ja der Hurensohn der im haus, der Ritter, wo ich ausgemacht habe, der halten er bestimmt oh ich treffe ihn nicht so, rechts ist er darf ich, da habe ich gegangen hat eine Granatenzunge, weg, weg ja, Granaten war das kommt noch eine Handgranaten ja, Rauch die ist um und rein ne und mein letzter ja, ja der Max ja, alle down ja, ja, ja schießt jetzt du mal im vier das geht nicht wie pervers, dass er mich ausschlacht Max ist das in der Pederserkund ich habe nicht deine Schuße mit mir mit deine Waffen und sobald das ist nett von dir ah, Haller, Elisabeth hat sich gleich mal einen Karabiner gesnackt was? na oh, den Koffer kann sie brauchen, bitte ach, ein Viper ups jetzt kann ich aber auch hier haben wir im vier, gell oh, wir haben da einen Rauchgeworfen vor euch ich oder ist der noch vom anderen Tag ich 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 WHIST guck ich war das aus einer Laune heraus oder hat das ein Sinn gehabt? äh Laune raus achso? ok so, da müssen wir weiter, gell? so an dumping vorbei krass Ich sehe Kindle-Dling-Win. Wenn sie dann noch irgendwo ACP-Mund finden, nehmt das bitte mit. Oder 50 in Reserve. Darfst du mir hinterher? Ja, ich sehe du da rein. Habst du dann gedroppt? Meine Zonen sind schon. Oha! Mir kommt die Bum. Eine schnelle Zonen, oder? Ich bin ja wieder. Ich glaube, das es ist. Ja. Das ist schon mal krass, dass ich da alles fleckern, der Hass Ach da unten links haben wir schon ein paar Chicken in der Guld Zum Bedauern, ja Beide auch schöne Plätze, Militärbasis unten links zum Beispiel, ganz ein Schindfleck Ja, ich war da im Endkampf, dass ihr da kurz vor Schluss euch snacken lasst Das war genau da, wo man es kam, da hinten um die Säcke Na, na, ich meine das unten links bei der Militärbasis, wo wir alle vier im Solo waren Der Alex gewinnt und du So, ne Da, der andere da, der, wo wir ausgeschaut, der war brutal Der, wo wir mit dem einfach so schnell wegkommen, so kann ich auch gerne Da waren wir auf jeden Fall schon drin So, ne, hat mich gefressen Na Ja Na, jetzt hat's mich Doch Das da unten, das Chicken in der war am geilsten Mit dem Alex, der ist auf mir Das war cool Boah, die ist zu schwer Könnte aber ruhig sein Ah, oder wo ist Der Sniper drin Bitte So Ah, das ist wahrscheinlich Noch schaut keiner aus So Jetzt kann ich mich nicht erinnern Wahnsinnige Redzone bei Novo Rep Neue unten Ah, jetzt ist weg Ich glaube, das war er der Askel Magst du aus der M4, oder? Na. Das ist echt. Erzähl uns kurz. So, die Kononik nochmal. So, die Kononik. Ähhhhh. Alter, gern so. Ich hab' jetzt die Scheiße. Ich hab' die Geheuer von 150. Nicht gelootet. Da ist der M16 nur mit Vollschuss. Der Weipers schaubt Schuss, schaubt Schuss, hab' ich hab's genau gesehen. Im Südostbeigebäude ist auch noch auf jeden Fall. Naja, gelootet ist schon. Naja, da hat einer M16 mittendrin liegen lassen. Ja, vielleicht hat er den gebraucht. Ja, mit Vollschuss, mit 90. Ja, hier ist sie. Sind so äußer ziemlich ausgeräumt da. Ja. 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 Ich hab' gesagt, ich brauche ACP. Und. 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 ich renne hinter dir her und glaub' dir, wenn du selber schon drüber gelaufen bist. ACP. Und so. Ja. 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 Und auch um. Ja. Headshot. Da haben wir gesehen. Da haben wir gesehen. Ich habe den Gelegenheit. Ich habe den Gelegenheit. Es gibt es nicht. Ok, ab in die Zone. Ja, jetzt jupfen wir auch runter jetzt. Waffen nicht für sowas. Interessiert nicht, ob die jetzt so jupfen. So'n Scheiß. Wir waren übrigens vorhin hab ich geschossen auf 150, 55 das hinterste Haus. Hm. Ich glaub die sind auch immer noch oben, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Ist der Rauch geschmissen? Ah, nirgendwo. Ja, direkt der Rauch bei 120. Ja, dahinter läuft einer. Von Laffenheim. Oh, Schiss. Oh, der kommt, der kommt. Links vor mir. Äh, 65. Da hab ich da hin. Ja, fünf Kilometer oder was. Hinter dir lacht oder Max? Direkt hinter dir. Direkt tot? Ja, ne? Ja. Durch die Energy dann. Ich hab selber nix mehr. Da waren schon welche bei Saft könnten wahrscheinlich das sein. Ja, das ist der Fall. Ja, das ist der Fall. Ich hab die Züge schenkt. Hier wird für die Ferne überhaupt nichts mehr, weil wir so holen. Da ist ein Rotpunkt, der war nicht mehr. Wir müssen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen weiß. Rein da zumindest. Halt mal im Haus. Ja. Wie es so vordrücklich ist, wenn die Car schießt, ne? Alter, wir sind tot. Löffst du dann mal noch, Franky? Mhm. Jetzt hab ich da nicht geschossen. Schließt du irgendeiner Gansner oder bei mir? Hm, das ist im oder am Haus. Er hat den im Haus. Ja, denn einer ist auf jeden Fall im Haus drin. Wir müssen gerade von den Fenstern entfernen. 30 Sekunden noch. Das ist in der Zone, gell? Wir müssen übersüden. Schau mal, dass wir gerade an den südlichsten Punkt vom Kreis kommen. Vielleicht Etzer? Nein. Gehst voran. Und falls jemand rausguckt. Okay, ich lauf mit. Da oben im Haus. Da oben im Haus ist... Oh. Da oben im Haus. Da oben im Haus. Ja, direkt vor mir, Franky. Aha, finisht mir gleich. Ja. Sauhund. Und mein Kiel geklaut. Und mein Kiel geklaut. Ich hab mir doch zu tolles Speck gesehen. Ja. 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 Das ist halt immer es, ne. Manche Leute haben das Zonenglick und die anderen rennen ständig hinten ein. Warum zum Teufel bin ich immer in der Gruppe, die wo nachher rennt? Ja. Aber Jungs, ich hab meinen zweiten Granatenkiel gemacht. Ha. Wie viele Spiele hat der Max jetzt schon gespielt? Ja, sehr viel. Also, nicht so viel, was ich tue. Trotzdem hast du sehr, sehr viele. Aber ich kann voll stolz sagen, dass ich mehr Leute mit der Anbrust getötet hab, weil mit den Granaten. Das mag es auch. Aber das ist ja irgendwie traurig. Ja, ist sehr traurig für das Spiel. Erst recht, wenn ich die meisten Granaten, was ich geworfen hab, noch angesehen hab. Damals mein Freund Kerr, der steht direkt neben der Granaten. Den schleuderts bloß weg. Und dann bringt mich der Typ auch noch um. So mal wie hardcore, dass der war. Ja. Ziemlich hardcore. Und ich werfen uns 20 Meter vor die Schnauze, eine Splittergranaten hin und ich bin hin. Ich muss das mal. Wenn du nicht hardcore bist. Oh, sie sind kurz. Mit der 2. Ausrüstung und volle Leben. Oh Gott, ey. Ich spiel das bescheißt mir einfach mal. Passt einfach bloß zu, wie das Spiel denkt. Ich f*** dich doch du. So, jetzt reißen wir uns alle zusammen. Jetzt reiß die mal ein wenig zusammen und dann gehen wir die Runden. Das darf ich mal. Meine Zukunft. Schau mal, schau mal. Diese Area da, südlich vom Hospital. Diese paar... Da zum Beispiel. Oder da. F*** hier mal so einfach. Das ist der springende Punkt. Dann geh ich da her. Dann geh ich da her. Ich schau einfach mit der Hinten, mit der Hinten, die Hinten treibt. So, bist du jetzt da gerade von meiner Schnauze vorbeigeflogen? Jo. Das war nicht nett von dir. Sag ich dir so. 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 Prozent das Auto das ist so es geht um die Strasse ich kann nicht so mit mir haben wir schon so gut Simo Schuss für Reinkombericht und gleich die Stille heiße Dir? Jaa ich bin schon im letzten drin Rucksäcke habe ich noch nicht... Ah jetzt auch! Der Arme, guck! Weg von meiner Zimmermühle! Weg von meiner Zimmermühle! So, bin fertig! Aber jetzt fährst du wieder? Ja, scheiße! Aber fähr ich aus, weil ich da jetzt nach Holster schaue Ich fähr dann auf dem Fahrersitz, wenn ich da fähr die Ehe! Ja, nix! Ja, liebe Zeit! Ja, du! Wo fähr man hin? Ich hoffe, ihr habt euch eine Gummihose-Lotzung! Du hast, ich markiere die Brücke zur Sumitär-Base! Grün, 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 grün! Ich sehe uns schon sterben! We can't say where the light Wo fährst du hin? Ja, keine Ahnung! Süd-Ost, die grüne Markierung! Genau da auf die Auffahrt zurück! Ich mag's irgendein Kunststoff... Da sind diese Dreh immer da. Ich weiß, das ist ein Trinksteinflach! Mit Metall oder was? da gab es auch die anderen die ganze maler wirtel holster mal ein stoff also die normaler heute sonst ist wir aus als er noch geben mit holster für ein 11 modell das war zauber und man sprach nicht mehr die kei das alles klar da war sie zu gewollt von BD was bloß war es bedingt war magst das ist das davon so man kann es bei uns da ob man schon rechts 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 das ist ein ganzes ob zu sehen und stehen mit blöde Ich bin der Dickei, ich bin ja rundum getrüftet, da war schon einer. Du Krampf. So, auf jeden Fall Schuss. Hihi. Ich tank mal schnell einen Datschi, rei. Uh, auf Ost. Irgendwo Schuss da einer. Oh, der hat uns nicht gesehen. Ich bin hier fliegt und da ist damals ein Auto. Nee, ich bin gleich. Dann verabschiede ich. Gut, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst an, du kommst eben. Die bin ich jetzt. Ich kann nicht. Du kommst, du kommst, du kommst. Ich war dringend, du kommst, du kommst. Wie nix. Wo fahren wir auf das Ding hin? Da unten auf die? Das braucht jetzt immer ein Problem. Holst du? Du brauchst jetzt höchste Konzentration und kein Holst, verdammte Scheisse. Du brauchst jetzt noch ein Zeichen zu stellen. Erzähl mir sowas. Willst du ein Bier, dann holst er. Du brauchst eine Visierung. Ich auch. Unter der Holung scheint ihn halt. Hier ist noch 2er Rucksack, 1er Weste. Oh, anbrust. Hier ist noch das Radio ohne Schuss. Was sind die denn hin? Ja, von irgendwas muss ich auch leben. Ja, ich riechst hier oben. So, du gehst auf die großen da. Also das ist gleich, wie es 7,5er Bälle noch ein Schmerzmittel mehr, habe ich nicht. Ja, da kann ich jetzt noch warten, genau. Ah, sechst du, da liegt nämlich auch der Punkt. Ich werde jetzt schon wieder auslassen wegen dir. Anmelden! Erweiter zum Magazin und Handgeld werde ich jetzt noch für ARN. Erweiter zum Magazin und Handgeld werde ich schon nehmen. Okay, hier noch Splittergrenaden. Ha! Ich wollte jammern, dass er noch produzieren. So, hat jemand da Scharfschützengewehr? Nope. Compensator. Mal schmusen. Mal schmusen. Mal schmusen. Mal schmusen. Mal schmusen. Mal schmusen. So Max. Da ist er Max. Das ist das Magazin. 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 Wow. Der wirft's auch herausschen. Lieber, Lieber. So ein Visierum könnte ich noch brauchen. Nischt übrig. Nischt übrig. Da sind wir eh da, oder? Da kannst du's mal, ja. Ah, wir rechnen so drüssig, ja. Ja, nächste Ziedlung gleich. Unten. Und Gas. Das macht er. Wieder nur in Ruhe Geld ausgeben. Da geht er auf den Korn. Ist mein Handy schon wieder. Ja, sofort Überweisung, Halle. Hilfe der Bestellung, Halle. Möchten Sie wirklich die dritte Hypothek auf Ihr Haus aufnehmen? Halle. Also ich hab ernsthafte Probleme. Ist vor der Weste? Da hast ich mir einmal anmelden. Legitimations-Itemwerk, ne? Von Sparkassen-Ding. Das ist richtig kacke. Ja, jedes Mal wieder. Kannst dir doch irgendwas aussuchen. Ist er M4? Ja, ich hab den Standard drin lassen. M4 hier oben. M4 hier oben. Ich bleib bei der Scar. Ja, dann nimm sie. Hast du Schuss? Ähm, jo. Hab ich. Weil wenn's die Treppen aufgehst. An der Treppe. Dann neigen wir ab. Dann bin ich schon soweit. Ja, heiliger. Was ist denn? Abgerufen. Ich bin schneller. Tschö. Ah, mein Toch. Vielen Dank für eure Bestellung. Sag mal, geht das eigentlich nur über kleiner oder geht's da aus anderem? Wenn ich irgendwo was bestellst, kleiner, dann soll ich das eigentlich mal. Ja, das ist jetzt das moderne wieder. Das ist das, was die Assis immer benutzen. Ohne Scheiß. Lass das von jemandem sagen, der sie auskennt. Ach, teuer. Es gibt niemanden, der bei uns eine Überweisung abgibt, dem's, äh, dem's, äh, finanziell gut geht, der über kleiner überweist. Ah. So, was? Können wir da reden auf? Ah, du. Hast du noch einen Griff dabei ausgesagt, oder? Hab ich vorhin rausgeworfen bei der anderen Siedlung. Ah, das ist schon. Ich brauche jetzt das Zeug von meiner MP ab. Schau her, was ich dabei habe. Da geht's rund. Ballee, ho dia went. Es ist egal, jaja. Der Hyper Viper hat jemand gekillt. Oh. Wir bekommen Besuch. Ich bin hyperactive. Ich hab das böse Gefühl, dass das sich da so zusammenzieht. Dann schwimmen wir aber. So, wir brauchen jetzt nur irgendwie Heilung. Ich hab jetzt 3 Kisten, oder 3 Koffer, 10 Verbände und 5 Boost. Boost könnte ich brauche. So, 1 oder 2. Ich leg's einzeln hin. Ich mag auch nicht da an das Treffen. Bist du mir nicht die Maus. So, bist du auch eine Minderheit, ne? Perfekt Maul. Was ist denn du Feind dabei? Feind ist Braha. Nein. 16. Der Scheideimpfer da, der gefallen hat mir. Ah, ohne. Ich hab zwar keine MC, aber der Scheideimpfer, der hat mir schon gefallen. Okay, f*** Maul. Tch. Und die Einzelwissen, oder? Ich glaub, die halte aber nicht viel aus. Probieren wir mal. Oh, da ist ein Granat. Oh, ein Granat. Da hänger. Oh, wei. Die mag ich aber schon. Was ist denn der Max für, äh, Doppel-Leifige dabei? Ich glaub, ich spinn. Äh. Also, bevor du es abdruckst, schau ich es noch, oder? Seht zurück. Schaut's mir auf! Schaut's mir auf! Schaut's mir auf! Schaut's mir auf! Spasty! So. Mein Gott. Ab jetzt laufen und dann so... da so hin. Fall rein. Wir droppen genau da, wo wir die wollen. Nein, nicht ganz. Ah, fast. Fein ist auch, fein ist auch. Der läuft nur hinter mir. Ah, da warst du mir gerade. Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Der Squad ist ganz hinten auf 100 bei der Siedlung. Fahrzeug. Ich glaube über die Strasse ein Fahrzeug entfernt. Ich glaube, die wollen zum Drop. Ich sehe auch ein Jeep, nicht ganz so abgestellt, wie er sollte. Nicht so much, das ist auf den Seiten. Jucki. Wieder ein Buggy? Also da muss es irgendwo kracht haben, oder sind wir hier ausgestiegen halt auf jeden Fall? Guck mal, wo ist denn jetzt eigentlich der Drop-Over-Kammer? Ein wenig links vor uns. Unten bei der Militär-Bass-Monster. Ja, da in der Senke. Das war eine AWM, mein Freund. Das ist sicher, dass hier so sicher ist. Da liegt er nach, oder? 50. Siegner. Der lag mitten im Feld. Den habe ich nur gesehen, weil er sich gerade kalt hat. Die können überall sein. Ja, die können überall sein. Jetzt könnte er sagen, der, der mit dem Jeep raufgefahren ist. So, gehen wir ein Stück weiter rauf. Jetzt kommt er, um oder an den Bahn. Ja, bahn. Das ist wo um den Bahn. Ja. Der F-60. Jetzt. Wo ging zu dir vor? Gott ist der Max. Ja, für über rechts. Ja, für über rechts. Der andere steht auch mal vor, kann man den Kanteil an dem Astro gesehen. K von links unten. Ja. Sehen aber nicht. Ja, hinterm Stein. Ja, dass ich hinter die Kuppen komme. den garage unten die letzte kein hell mehr hallo schlecht wir kommen unten von dieser garage ich habe keinen hell mehr wir müssen los direkt vor uns messen irgendwo ist aber oder einem senden maus ist auf jeden fall immer noch das Wie hast du zu uns? Ecke. Bündig. Einer steht ganz weit unten, es kann nicht sein, dass der es noch schafft, dass der nochmal hochkommt. Soll der da hoch, wo ich jetzt hinkomme? Da noch? Ja. Oh nein. Au, au, au. Wo hinten beim Bad sind, beim Bad sind. Ja, sauber. Er stellt es down. Ah, jetzt hat man den Karabiner erwischt. Bleibling, bleibling. Ska, vormat vom Berg. Ja. 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 Oder auch, oder nicht. Ja, liebe Zeit. Ah ja. So. Ja. 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 Ja.